Hallo meine Lieben, und willkommen zur 8. Ausgabe der Schlagzeilen Revue. Und wir haben das voll geübt, wie man sieht. Alles klar, ja, ab jetzt Leute, spektakulär und neu, parallel Facebook und YouTube. Genau. Also MabacherTV auf YouTube, oder eben auf Facebook. Egal wo ihr seid, immer 18 Uhr, die Schlagzeilen Revue. Sonntags. 8 Milliarden können uns zuschauen. Potenziell. Natürlich. Dann fahren wir an. Genau. Manche Nachrichten sind ja so unglaublich, wenn die nicht in einer Qualitätszeitung stehen würden. Die würde man nicht glauben. Hast du das mit Saudi-Arabien gesehen? Mit dem Yoda? Ja, im Schulbuch. Das ist ja Wahnsinn. Ich finde solche Sachen ja richtig, richtig gefährlich. Vor allem um die Jugend geht. Überleg einmal, wenn du unsere Jugendlichen, unsere Kinder, die Kleinen fragst, wie schaut eine Kuh aus? Soll ich dich lila? Weil sie es von der Milka kennen, oder? Und wenn du jetzt die Kinder sagst, dass der Yoda neben einem Kaiser, oder König, oder was immer das ist, König ist er, ja? Wenn der neben einem König sitzt, vor 50 Jahren, oder 60, dann glauben die, dass es den wirklich gibt. Naja, und zukünftige Generationen behaupten dann, 1945 war der erste Aussehende schon in der UNO. Kinder, Yoda gibt es nicht wirklich. Nein, das stimmt auch wieder nicht. Doch. Doch. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Tut mir leid, Martin. Aber im Schulbuch. Ja. Gehen wir zur nächsten drüber. Du hast eine Geschwister, oder? Ja. Ich habe eine Geschwister. Dann gibt es immer diese Rivalität. Nein, 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 warum kriegt der Markus diesen? Ich nicht. Und warum kriegt Simone diesen? Ich nicht. Bist du der Jüngste? Nein, ich bin der Jüngste. Du auch? Ja. Dann brauchen wir eigentlich nicht weiterreden. Eben. Ja. Aber was war da? Aber das ist zu geil. Die Österreich macht sich wirklich... Ach, die Österreich, Entschuldigung. Die Halte natürlich. Die Halte macht sich auf Recherche und findet raus, wie viel Geld die Parteien der Österreich in den Arsch schieben, mit Anzeigenbudget und Ärmermeld. Darf ich dich korrigieren? Bitte. Das sind nicht die Parteien. Das sind die Ministerien, das ist unser Steuergeld. Da ist aber auch wieder was dran. Aber wurscht, was war die Meldung? Okay, also unser Steuergeld wird laut heute unfair verteilt. Die Halte kommt zu kurz. Und ich meine, ich selber bin ja einer, der die verteidigt, also nur weil sie so klein sind, hast du das nicht, dass sie weniger grün sind. Die Halte ist die größte in Wien. Aber vom Format her die kleinste. Das stimmt. Warum kriegt die Österreich überhaupt ein Geld? Ich weiß nicht. Okay. Jetzt fragt sich die Halte auch. Weil die haben eigentlich keine Auflage. Keinen Inhalt? Naja, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Oh ja, sie haben Inhalte. Sie haben Inhalte? Sie haben die Anzeigen der Ministerien. Stimmt. Okay, liebe Halte, dieser Artikel ist interessant. Aber er ist sehr, sehr weinerlich und bitchig schrieben. Ja. Die anderen kriegen mehr. Also bei manchen Meldungen bin ich wirklich froh, dass kein Foto dabei ist. Fluggast schmuggelt Goldbahn im Po. Ich hab mir echt gedacht, er hat ja nicht nur Goldbahn, er hat ja auch eine Halskette und sieben kleine Goldbahn. Und ich frag mich jetzt als Mann, rein anatomisch betrachtet, haben wir da unten genauso viel Platz wie Frauen? Also so ein 3kg Packer eigentlich in uns? Glaubst du, ist das da so? Ich will es glaube ich nicht vertiefen. Ich weiß nicht. Das ist sicher nicht gemütlich. Ja. Super ist, was alles Sport ist. Ja. Schönen Tag. Handy weitwerfen. Ist jetzt eine sportliche Disziplin. So wie es ausschaut. Und der Weltrekord liegt wahrscheinlich in Österreich. Wirklich? Ich meine, ich hab mein Handy schon ein paar Mal weggeschmissen, aber mehr als 80cm habe ich nicht geschafft. Ja, du bist ja gerade lebt. Ja, aber schau mal. Aber du hast ein Handy, bis es kommt, die 80cm überleben. Ja. Aber ob es die 60,25m, die es die Frau geworfen hat, überlebt, ist eine andere Geschichte. Ich hab so ein Bananen-Handy vom Nokia einmal gehabt. Zwei Meter hätte ich geschafft. Wir sind keine Sportl. Naja, ich schon, aber du halt nicht. Okay, Rolli-Fußball ist auch Sport. Wieviel warst du? Vorletzter? Vorverletzter. Wir wollen korrekt bleiben. Am Mittwoch war wieder einmal der Trump. Und diesmal einmal nicht mit Twitter. Hast du das gesehen? Ja, aber es war mindestens so peinlich. Wenn nicht, ein bisschen peinlich ist er. Trump vergiss! Ehefrau Melania. Er ist, glaube ich, irgendwo bei Hurrikan-Verwüstungen vor Ort. Und redet mit der Presse. Und meint, die Melania würde auch gerne da sein. Und sie steht. 10cm ist mehr. Ich meine, gut, man hört nie viel von ihr. Als First Lady und so. Aber dass du deine eigene Frau vergisst. Dass sie neben dir steht. Das hat sicher Konsequenzen. Puh. Das glaubt die heute auch. Liebe Wiener und Wienerinnen. Machst du jetzt auf Heinz-Konrad? Ich möchte... Ja, das muss jetzt sein. Okay. Das ist eine öffentliche Ankündigung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wiener und Wienerinnen. Machen sie sich gefasst auf Gewalt auf unseren Straßen. Auf Gang-Auseinandersetzungen. Ich sag nur, die Chinesen kommen. Du machst mir Angst, was passiert? Die kommen sicher mit Säbel am Rasseln. Die Radgänge. Wien ist ja momentan in der Hand von City-Bikes, und O-Bikes, und X-Bikes, und Ufo, und Dingsbums. Ich weiß nicht, warum ist es wurscht. Aber man kann sich jetzt Radeln ausbauen, überall. Und scheinbar landen die O-Bikes, wie wir jetzt heißen, im Kanal. Du kennst dich mit den Bikes aus. Was ist bei dir jetzt so? Warum landen die im Kanal? Na ja, also ich habe mir erklären lassen, diese City-Bikes, das ist einfach, da gibt es einen Radl-Ständer, da gehst du hin, druchst drauf, kannst fahren, bringst ihn zu einem anderen Radl-Ständer. Macht Sinn. Genau, und die neuen Systeme funktionieren so, du schaust mit dem Handy, wo ist das Radl, das hat so eine Ordnung drinnen, das kann irgendwo stehen. Du gehst hin, fotografierst das Radl, dann kriegst du einen Code, und kannst das Radl entsperren und fährst weg. Okay. Du kannst aber auch wieder irgendwo hinstellen. Am Gehsteig. Ich kann damit noch ohne ins Radl. Kannst du auch machen. Genau. Na, Challenge excited, Leute. Zeit wird ein paar Kilometer. Nein, aber du kriegst Minuspunkte, wenn du das nicht gescheit abstößt. Ich bin beim Führerschein. Du, wo wir schon im Führerschein sind, der ÖNPC Winterkund, der hat wieder einmal die Reifen getestet. Und er sagt, nur 4 waren top. Das verstehe ich nicht, ich brauche eh nicht mehr als 4. 3. Dank heute weiß ich ja, dass der Dyson, das ist der, der den tollen Staubsauger da entwickelt hat, jetzt an ein Elektroauto bastelt. Was hältst du davon? Du, alles was umweltschonend ist, und zukunftsweisend, und uns nicht umbringt, weil es Roboter sind, ist okay. Ist gut. Und ich finde es ja auch gut, was er da sagt und sagt, er wolle eine Lösung für das globale Problem der Luftverschmutzung finden. Sagt er. Das Problem, der Ansatz ist aber, das ganze wird nicht günstig. Also das Auto, das er baut. Sagt er schon in vornem, doch, das wird super, das wird alles klingen, aber günstig wird es nicht. Und auf der anderen Seite, will aber eine globale Lösung für die Luftverschmutzung finden. Das heißt, ein paar Leute in Kalifornien können sich das Auto leisten, und der Rest eh wieder nicht. Also jetzt sind wir eh wieder beim Musk. Der Trump. Er ist ein guter. Man muss ihn einfach lassen. Dankbarer ist er schon, weil du jeden Tag fast eine Geschichte bei ihm fährst. Ja wirklich. Dummer und dummer. Dummer und dummerer. Und er ist beides. Anyway, jetzt gibt es in Amerika diese Kontroverse mit dem Kniefall. Das gehört davon? Ja, kurz aber noch, was war da genau? Weil es ist so, dass die Amis, wenn die Nationalhymne steigt, stehen sie da mit der rechten Hand am Herzen und stehen ganz steif und singen mit. Die nehmen das urernst. Die nehmen das urernst, genau. Und weil heute da drümmelt viel gegen Schwarze und gegen Ungerechtigkeiten, und seit Trump ist es nicht besser geworden, jetzt haben wir ein paar gemeint, wir ehren die Flagge schon, aber wir knielen uns hin. Und der Trump hat das jetzt zu einer Major-Geschichte aufgelassen, weil er dem Königskind der amerikanischen Gesellschaft ins Bein bündelt. NFL. National Football League. Die Amis sind deppert mit dem. Und er will jetzt verbieten, dass die Leute sich hinknien bei der Staatshymne. Ich glaube, der weiß nicht, mit wem er sich da einlegt. Das kriegt er nie durch. Ich denke mir einfach, wenn er sich mit solchen Sachen beschäftigt, ist es kein Wunder, dass er sich einfach auf ein Kiste in der Nebenbestand ist. Und? Was ist mit Freitag? Am Freitag, die wirklich wichtigste Nachricht, ist zugleich auch eine der traurigsten Nachrichten für die Männerwelt. Der Hef ist gone. Nein. Keif ist tot. Mr. Bunny. Mr. Playboy. You have no. 91. In der Blüte seiner Erektion ist er von uns gegangen. Ich bin sicher, er war umzingelt von bildhübschen Hasen. Hast du gewusst, dass es den Playboy in Preilschrift gegeben hat? Na ernst? In Preilschrift? Wegen der guten Geschichten haben sie den in Preilschrift hast? Wirklich? Ja. Man muss nur die Geschichten Ach so, nicht die Bilder? Nein. Aber hauptisch. Aber jetzt echt, wenn wir jetzt in Preilschrift geben? Ja. Wow. Informationen, die sie nur bei der Schlagzeilenrevue bekommen. Das war's für die Woche, Hat eine schöne Woche, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder auf YouTube und Facebook. Bis dahin, Baba! Ciao!